Vor 20 Minuten sagte Janik, in zwei Minuten fahren wir los. Jetzt sind wir tatsächlich auf dem Weg, beziehungsweise Janik ist hier noch am Zähne putzen. So läuft das hier im Hause schlimm. Aber wir wollen uns jetzt auf den Weg machen, Beine trainieren. Janik hat schon ein bisschen Angst. Der hätte wahrscheinlich den Leg Day auch mal wieder geskippt. Aber dafür gibt es ja mich. Ich bin der gute Einfluss hier in unserer Beziehung. Los geht's. Oh, das bewegt sich. Ich zeige euch jetzt was ganz Wildes. Hier, diese Beinbeuger-Maschine. Nicht viel Technik. Das da muss einfach nur hoch. Oh. Oh. Musik Wenn ich sowas im Gym habe, probier das mal aus. Das ist ja irre. Es krampft einfach von A bis Z. Geiler Scheiß. Also wenn das nicht aussah, als hätte ich eine Windel an, dann weiß ich auch nicht. Wichtig, Vaskularität. Hier kommen sie langsam, so zärtlich. Aber ich will sowas. Ja, buddy. Lightweight, baby. Okay. Da sagt sie ernsthaft, lass doch mal. Bulgarians wird's kurz machen. Wir sind im Urlaub. Egal. Wenn das heute auf dem Mealplan steht, ne? Wenn mir mal übrigens die Sissi-Squad rumfunktioniert. Zu einer Quigarian-Split-Squad. Die sinnvollere Anwendung. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Und hier kam gerade die Nachricht rein. Von Mary. Enhanced Riff-Bein-Strigger. Miss my Trainer. Ach, ist das knuffig. Vorbildlich wird natürlich mit Online-Coach-Arbeiter trainiert, ne? Zuhause. Von den Coaches. Wie sieht das gehört? Dieses Battle-Rope hier, ne? Wie man sieht, das sieht echt cool aus. Gut, wenn... Ja, es ist auch sehr anstrengend. Aber wenn ihr zum Beispiel das für einen Muskelaufbau betrachtet oder so, ne? Also das ist ja so wahrscheinlich der Inbegriff von Fitness und Kraft und Power und Athletik und allem, ne? Am Ende ist das eine reine Ausdauerübung. Also das ist... Und es verbrennt richtig schick eure Muskeln, ne? Also ihr baut davon jetzt keine Muskeln auf, sondern dafür braucht ihr Körper halt sehr ausdauernde Muskulatur. Wenig letztendlich Explosivkraft oder ähnliches. Im Prinzip braucht man dafür sehr, sehr viel. Also quasi die... Die... Wie nennt sich die? Die langsam zuckenden Muskelfasern, ja? Also nicht die schnell zuckenden... Die auch immer so wund-genöse Muskeln. Sondern halt die... Stellt euch einen Marathonläufer vor. Der könnte das gut, ja? Ja. Wenn er dann noch ein bisschen was für die Schultern tun würde. Sagen wir mal, Marathonlaufen ist das gleiche für die Beine, was das hier für die Schultern oder den Oberkörper mehr oder weniger ist, ne? Das ist super fürs Herz-Kreislauf-System. Genau. Aber man muss halt auch ne Menge essen, um diese ganzen verbraten Kalorien wieder irgendwie reinzukriegen, also... Ja, also... Wer das machen möchte, wem das Spaß macht, cool. Aber das ist jetzt quasi zum Beispiel nichts für Muskelaufbau, ne? Oder für irgendwie einen sehr, sehr... Ich sag mal... Für einen muskulösen Körper, den sich viele vorstellen. Also das ist... Im Prinzip kann man natürlich gut Fett verbrennen. Aber da gibt es sinnvollere Varianten. Oder halt das über die Ernährung machen, ne? Da kann man deutlich weniger aufwarten und mehr Kalorien sparen. Das hier wiederum zum Beispiel ist Muskelaufbau at its best. Gerät. Ja, das heißt, man muss wenig stabilisieren. Eine Platte, die fährt hoch und runter. Die kann man auch nicht mehr links und rechts drücken. Und da geht man einfach bis 0, also ich sag mal 0 bis 3 Wiederholungen als Muskelversagen. Das heißt, dass man wirklich keine mehr schafft. Schön kontrolliert, sauber. Schön voll range of motion. Genauso. Ja, das ist im Prinzip genau das, was wir sehen wollen. Hier habe ich übrigens Lisa einen Antrag gemacht für zwei Jahre. Allerdings gestern. Sehr kalt gesagt, sie würde noch mal Ja sagen. Danach hat sie gefragt, ob ich sie auch noch mal fragen würde. War die Ja. Zum Glück. Zum Glück. Sehr gut. Ne, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das war... Ja, an einem Sonntag hat das Studio extra... Hab ich quasi den... War am Samstag hier. Ich wollte es eigentlich machen. Oben in den Bergen eine Wanderung. Und dann waren wir hier und dachte ich so, eigentlich ist das Gym viel mehr unseres. Auf einer Dachterrasse mit Meerblick. Und dann habe ich quasi das Studio für uns am Sonntag aufmachen lassen. Lisa hierher gebracht. Und ihr gesagt, ich möchte doch nicht wandern. Wir halten noch kurz einmal wo. Dann waren wir im Fitnessstudio und sie hat den Braten halt nicht gerochen. Sie sind einfach nicht gerochen. Und dann hier an der Beinpresse habe ich es getan. Vorher haben wir schon Ausfallschritte gemacht. Ich bin froh, dass ich sie noch hier raus geschafft habe. Und bei den Ausfallschritten, Schatz, da ist noch mein alter Ring, den ich von Mama hatte, kaputt gegangen. Und meinte noch zu dir, oh jetzt brauche ich nur einen Ring. Was habe ich gesagt? Du weißt es nicht mehr. Ich glaube, du hast wahrscheinlich einfach nur geschwitzt und gesagt, scheiße, jetzt muss ich den Ring auch mal an die Frau bringen. Ich meine gesagt zu haben, ja, kriegst neun. Oder besorgen wir dir neun. Oder irgendwie sowas, wie man das halt von mir kennt. Spruchreif in jeder Situation. Und ja, dann habe ich einen Mut zusammengenommen und das hier draußen vollbracht. Mit noch ein paar lieben Worten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber die definitiv rankamen und führen. Jawohl. Einfach machen, als sie sich nicht an. So Leute, da ist meine fantastische Frau. Und hier unsere Brotzeit. Soll ich mir was dazu erzählen? Natürlich, nimm du das in die Hand. Ja. Vitamine, Ballaststoffe, Protein, Protein und Ballaststoffe, Protein und Fette, Ballaststoffe, Kohlenhydrate und hier Yannicks 20%. Und du hast keine, ne? Du hast keine 20%, ne? Oder ist es die Butter vielleicht? Ah, die Butter. Ja, die habe ich auch. Mit aber ein bisschen, ne? Minus Kalorias, 30%. Das ist wichtig. Einfach, ne? So eine Kleinigkeit und das macht den Kohlfett. Wenn einem jetzt die mit 30% mehr bedeuten, besser schmeckt und von der hier so viel mehr nehmen muss, dass man die Kalorien wieder raufschmiert, bringt das auch nichts. Oder jetzt hier jetzt einfach zu den 20% wichtig ist, dass die Basis stimmt. Dass da immer was Gemüsemäßiges dabei ist. Und dann passt das. Und wichtig ist, dass ihr einen vernünftigen Teller nehmt und nicht so einen kleinen hier unterjubeln lasst von eurer Frau. Ja, und dass auch bei einer Brotzeit auf jeden Fall immer Protein dabei ist. Und ja, man kann Tofu ungebraten einfach Softbrot essen. Und ich würde es jedem empfehlen. Aber nur der Räuchertofu, meine Sesam, weil das andere schmeckt nicht. Ja, da bin ich voll d'accord. Wenn man jetzt nicht genug Protein hier reinkriegen würde. Weil Ei reicht nicht, ne? Ei ist eine Fett- und Proteinquelle. Aber man kann nicht so viel Eier essen, dass man seine Kalorienbilanz dabei nicht sprengt. Wenn man darüber sein Protein denken will. Also könnte man zum Beispiel auch einen Shake trinken. Ja, das würde auch funktionieren. Wie so viel. Ja, das mache ich auf jeden Fall gleich noch. Yes, und da hinten ist einfach das Meer. Und wir sind so ignorant. Wir drehen uns für den Rücken zu. Nächstes Mal sitzen wir hier auf der Seite der Küche. Jetzt haben wir schon mal probiert. Das nur mit den Schränken durch. Na gut, dann bleiben wir so rum. Guten Appetit! So, wir sind hier gerade an einem Golfplatz, der nur aus paar Dreilöchern besteht. Das heißt, sehr kurze Distanzen. Wir lernen jetzt so ein bisschen unser kurzes Spiel kennen. Und wir gucken uns jetzt hier nochmal. Wie liegt der? Direkt neben der Fahne. Sehr schön. Was hatten wir hier für eine Distanz, Yannick? 70 Meter. Was hast du genommen? Sandwich. Was Kleineres haben wir hier. Sehr gut. Gleicher Shop zu Lisa. In die Stadt hinein. Ja! Wahnsinn, der liegt genau neben einem. Sehr gut. Wie sagt mein Vater immer, da passt noch einer dazwischen. Zwischen mich und die Fahrt. Du hast dich direkt an mich herangelegt. Ich hoffe, dass dein Vater nicht mit ist. Da ist jetzt Platz für... Ja. Das stimmt natürlich. Oh, die liegen. Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Wenn ich jetzt hier ranzoome, dauert das noch ein Minütchen. Aber wir gehen das mal. Wir gehen mal und gleichzeitig zoomen wir. Ja komm Junge! Ja komm! Ich bin mir nicht sicher, ob man es sieht. Damals steht Lisa jetzt los. Sieht die cool aus, ne? Und schau euch die Schultern an. Aber ich sag mal da... Da! Da sind meine zwei Punkte! Oje! Amano! Emana! Wo ist Brusa? Bördi-Chance, Schatz! Bördi-Chance! Weißt du, du... Also ich bin... Ne, du bist... Ich bin tatsächlich weiter weg. So, der... Der... Shot... Ist für Mary. Hä? Ach... Kann ich mal was bringen. Für mich fehlt es ein bisschen links nach rechts. Ja... To this. Aber minimalst. Das war auch die Bördi-Chance. Ich hab den Meter gut gemacht. Pass auf! Ich stell mal die Kamera hier hin. Wichtig ist immer, er muss ne Chance haben, ne? Er muss ne Chance haben. Ne Chance hat er. Ja... Ja, ich... Ich film das mal anständig. Ja... Ja... So... Ich glaub, man sieht das schon. Okay. Dieser hat was aus meiner Linie gelernt. Und schieb die kurz vorbei! Nein! Aber liegt wieder näher... Also... Kannst du deinen bitte mal markieren, ne? Ich hab keinen... Oh Mann! Ne... Ich hab den Fall schon... Ne... Sicher? Du schiebst ihn jetzt rein? Okay... Dann... Zum Paar! Oh... Habt ihr das gesehen? Tja... 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 Weißt du, wer der beste Freund vom Bördi ist? Das Boogie! Jetzt zeig uns das mal! Du machst jetzt den Paar... Äh... Das Paar... Unmenschlich! Unmenschlich? Den hast du da hingeschoben! Yay! Da ist das Paar! Du hast es gerettet! Schon dein zweites Paar, ne? Bitte? Zweites Paar, ne? Zweites Paar in Folge, na klar! Vier... Viertes Loch? Viertes Loch, zweites Paar in Folge! So wie... Ich spiel nur noch Part 3! Dann brauchst du halt den Driver nicht, das ist gut! Lola! Ja! Oh, Mann! Lisa zeigt mir jetzt mal, wie das geht! Brutal! Ja, brutal! Genauso! Dann müssen wir einmal an das Gesicht ranzoomen in einer Wiederholung! Komm, lauf, lauf! Renn, ruck, gas! Klopp! Trocknen! Trocknen! War gestern! Ja, dann machen wir noch einen, ne? Das sieht man auf der Kamera leider nicht, aber er liegt genau daneben! Guter, komm mal runter! Ne! Tja! So, Lisa hat's jetzt raus! Einfach geradeaus! Darunter! Nicht links, nicht rechts, geradeaus! Mittelfairway! Ein Fairway Finder! Ein Green Finder! Oh ja, genau so ein Ding! Oh, der liegt rechts bei meinem! Der Gehweg ist es einfach! Tja, dann müssen wir wohl vom Gehweg leider spielen! Gehen wir runter! So! Leute, das nenne ich mal Grüns hier! So, da auf der Insel liegt da der Ball, da müssen wir jetzt hin! Und von dort drüben, da hinten in der Ecke bei der Fahne, ich weiß nicht, was man sieht, da von rechts haben wir abgeschlagen! Genau, und jetzt sind wir hier auf dieser kleinen, wundervollen Insel! So, hier ist die Fahne, da hinten mein kleiner Ball! So, den Pitchmarker, da müssen wir gleich noch wegmachen! Da hinten ist Lisa! So, dann wollen wir mal, ne? Weiß nicht, ob ich überhaupt was sehen kann! So, film mir das mal! Lisa ist schon da auf Lochhöhe! Fällt ein bisschen ab, ne? Rechts zu links! Ja, und du musst im Prinzip nicht nach rechts drücken! Okay! Warum gehst du durch? Oh, der war dann vorbei! Ah! Und Lisa, ist ihr ins Wasser gerollt? Ja! Und dann lass uns nicht! Ne, ne? Ja, natürlich! Oh Mann, du! Sagst du, das geht bergab! Oh, der Scheiße, der Klug, der ist zu doll und lässt jetzt Wasser rollen! Oh ja, jetzt geb ich noch dir die Schuld, ne? Dann schieb mal deine Pille rein da! Strafschlag für Yannick! Mann ey! So, schieb das Ding rein da! Alter Verwalter! Neuer Versuch! Die Fahne muss raus! Linke Lochseite anvisieren! Durchziehen mit ein paar da! Rechts vorbei! Klassische Drei-Part-Strategie, lieben wir! Das kommt hier leider gar nicht rüber, wie schön es aussieht! Aber wir spielen jetzt im Sonnenaufgang! Leute, Leute, Leute! Schaut euch das an! Was für ein schöner Ort! Wahnsinnig schöner Ort! Da haben wir Lisa! Hier ist der Pro-Shop! Hier noch schnell einen Kaffee gezogen! Wo wir gewappnet sind, wir fangen ein bisschen später an! Wir spielen eine Sunrise-Runde heute! Und die Greenkeeper ist noch nicht ganz fertig! Von daher warten wir noch einen Augenblick! Ist aber nicht so schön hier! Wir müssen euch mitnehmen! Das ist wirklich eines der schönsten Hotels, die ich hier war! Superschön ausgestattet! Alles mit sehr viel Naturprodukten, mit viel Holz! Und wir zeigen euch mal die Aussicht! Genau, weil in Lisa steckt nämlich eine kleine Architektin! Ja! Ja! Das ist nämlich ihr eigentlicher damaliger Traumjob gewesen! Und ich habe sie selten so viel grinsen sehen, außer wenn ich natürlich mit ihr spreche! Genau! Wenn ihr eine gute Witze macht, dann grinse ich natürlich ähnlich viel! Und ich muss dich aber korrigieren, das war Gartenarchitektur, was ich studieren wollte! Sehr gut! Habe ich wieder gut zugehört! Schaut euch das mal an! Was? So! Helle! Guck mal auf hier! Ein bisschen orange! Schön! Echt schön! So! Es gibt hier übrigens einen neuen Kurs und einen alten Kurs! Und wir spielen auf dem alten Kurs! Wir haben einen Trolley, das heißt wir schieben heute! Fahren nicht mit dem Kart! Das war auf dem anderen ja leider nur erlaubt! Ansonsten schieben wir immer gerne aber die Tasche auf dem Rücken! Bei so vielen Schlägern! Schon ganz gut, wenn man die schiebt! Boah! Schaut euch das an! Wahnsinn! Da müssen wir mal durch! Oha! Also so Golfanlagen sind wirklich, wirklich schöne Orte! Boah! Das ist so schön und konzipiert! Ah! Mega schön! Ach Schatz! What a life! What a life! Wer da übrigens so frech unten geparkt hat in weiß, das war natürlich Lisa! Nee, nee, nee! Das lasse ich mir nicht sagen! Wer wollte nicht auf den engen Parkplatz unten in der Tiefgarage? Ich wollte nicht zu Fuß den Hügel hoch! Ah! Da steht er du! Da steht er! Sieht aus wie so ein Spielzeugauto von hier oben! Ey! Wahnsinn! Ist das ein schöner Ort! Und die Menschen hier sind schon wieder so mega, ja so herzlich! Einfach nur schön! Okay, lass uns den Cover exen! Und dann geht das! Achso! Schon weg gezischt! Diese kleinen Plätzchen auch überall, ne? Ich bin ja auch ein Orange-Fan, muss ich ja ganz ehrlich sagen! Was? Und wenn ich hier meine orange Sporthose haben will, sagst du nein? Ah! Da sagt die Regierung nein! Also ich bin ja auch KTM-Fan, ist auch orange! Orange-Schwarz finde ich so heftig! Orange-Weiß ist heftig! Orange-So-Grau ist heftig! Deine erste Website war orange! Meine erste Website war orange! Ja, das musste ja eine, ne? Eine richtig heftige CI haben, ne? Signalfarbe, ne? Orange! So! Dann wollen wir mal zusammenpacken und los geht's, ne? Ready? Ready! Let's go! So, da hinten marschiert Lisa, da geht die Sonne auf! Wir sind ready! Sind sie in Halle 1? Ja! Okay! Wir werden warten! Ja! Das ist unser Freund hier, er preffert Surfing, weil er nicht so schmerzt, weil er nicht so schmerzt, und kann relaxen! Wir alle wissen! Wir alle wissen, dass du schmerzt, nach einem Schmerz, nach einem Schmerz! Aber du wirst wirklich schmerzt, nach einem guten Schmerz! Das ist Leben! Okay, wir gehen! Go! Was sagst du? Bombe! Mit der fair way! So, was haben wir hier? Ein Paar 3, das heißt, Vorgabe ist, wir dürfen nur drei Schläge brauchen, bis der Ball im Loch ist. Wir haben hier jetzt bei Janiks Abschlag, Janik schlägt bei blau ab, was relativ typisch ist für Männer, ich bei rot, bei Janik haben wir jetzt 85 Meter. Typisch für Männer ist eigentlich gelb, aber... für Anfängermänner. Für Anfängermänner. Oder? Kann man das so sagen? Vielleicht nicht ganz voll, weil bergab... der liegt grandios neben der Fahne. Wahnsinn! Toll! Toller Schlag! Wow! So! Tee positionieren. LMA Coaching Jacke, spannend, vor lauter Anspannung. Das Tee ist auch mega schief, so wird er nie halten. Der ist immer noch mega schief. Der muss noch voll nach links, also zu dir. Ja. Der Boden ist so hart. Okay. Ja. Ich bin ein bisschen nervös hier, mit dem Wasser zu spüren, ne? Das macht nichts. Okay. Komm, 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 komm! Wir sind drüben. Beide trocken geblieben. So. Na komm. Das war fantastisch, was ich früher mal gemacht hatte. Ich hatte zu lange Haare, dass ich es zur Seite werfen wollte. So, wir sind auf dem Grün angekommen. Padda des Fortons am Start. Zack. Hier liege ich. Da ist die Fahne. Also echt Wahnsinn. Und hier, kleiner Pitchmarker. Ja, den müssen wir natürlich jetzt eliminieren. Da hinten ist Lisa. Komm, 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 komm. Grandiose Länge. Oh mein Gott. Der ist ja sowas von genial. Der ist toll, oder? Der war sowas von genial. Jetzt zum Paar. Fahne raus. So, komm. Paar. Oh mein Gott. Kannst du mir wieder... Sauber. Machst du auch ein Paar? Ich mach ein Birdie. Ach, du musst ein Baby. Ja, musst du was ablegen. Ja, ja, ja. Mach mal. Ich hab noch meinen Ball drin, ne? Das entspricht nicht der Etikette. Mach nichts. Kannst du einmal kurz dir zeigen? Ja, was man jetzt macht. Mit dem YS. Ja. Mit der YS Pitching Gabel. Einmal hier. Thanks to Mary and Dieter. Ja. Den Boden wieder hochholen. Dann ist er nämlich wieder wie neu. Zack. Der Gärtner. Der Gärtner in Yannick. Dann einmal hier. Den hinterm Ball. Einmal sauber machen. In eine Richtung. So. Zack. So. Birdie-Opportunity. Okay. Let's do this. Warte, ich nehme meinen Ball auch raus, ne? Ja. Das sieht für mich komplett gerade aus. Gut. Let's do this. Gerade packen. Ja, aber kanzlich meine Stärke. Oh man. Never leave a birdie put short, ne? Der nimmt nur ein paar. Ja. Aber Schatz, wir haben beide ein paar gespielt. Wir haben beide ein paar gespielt. Das ist sehr schön. Never leave a birdie put short, ne? Weil, jetzt kommt die Weisheit von meinem Vater. 100% aller zu kurzen Bälle, ja, gehen nicht rein. Wow. Liebe Grüße an dich Vati, wenn du das siehst. Du kannst auch gerne mit raufkommen, wenn du möchtest. Okay. So, sehr schön. Also, was ich noch sagen wollte. Jetzt braucht man für 85 Meter Einschlag. Und dann für, weiß ich nicht, 8 Meter, 5 Meter, 2 Schläge. Let's golf. Ja, das ist das Schöne. Das ist das Herausfordernde daran. Und, am Ende das, wo man wirklich erst happy sein kann, wenn die Kugel versenkt ist. Weil, bis dahin kann alles passieren. Übrigens, das mit den zwei Karren ist nur fürs Video. Na, aber leise trage ich meine Karre schon selbst. Du musst gucken, wo du hinfilmst. Ja, kann ich nicht mehr, sonst falle ich hin. Okay. Okay. So, wir sind jetzt auf den zweiten Neun. Wir haben uns ein bisschen umgezogen. Es ist jetzt doch ein bisschen warm geworden. Und ich dachte gerade, ich gucke nicht richtig. Ich zeig's euch mal. Paar 3 wieder. Also wieder drei vorgegebene Schläge. Yannick steht schon am Abschlag. Was sagt das? 160 Meter? Ja. Das ist relativ weit für ein Paar 3. Da müssen wir rüber. Also, Fehler wird dieses Loch nicht verzeihen. Hast du gesehen, wo er gelandet ist? So, Lisa bereitet sich gerade vor. Da drüben, also da oben habe ich gerade abgeschlagen. Hier ist der rote Abschlag. Und das Problem ist, meinen Ball sieht man immer noch nicht. Das war vor Jahr 165 Meter. Ich habe ein Fünfer Eisen genommen. Ich befürchte, ich habe den einfach viel zu weit gekloppt. Der ist locker 180 Meter Carry geflogen. Der flog eigentlich so links vom Bunker zu. Aber der müsste da hinten in dem Wicken liegen. Also, von daher, bei Sommer und von oben, kann man locker nochmal 10, 20, 30 Meter vom Tee drauflegen. Also, ich hätte ein 7er Eisen nehmen müssen für 160 Meter. Das war einfach schlecht. Okay, Lisa. Ich bin jetzt ein bisschen nervös mal wieder. Weil, Yannick hat mir eine Schnellbeinbindung gegeben, die ich nicht gewählt hätte. Und jetzt bin ich nur schon ein bisschen in. Neuner, habe ich zu ihr gesagt. Und der wird perfekt landen. Ja? Einen perfekten Neuner. Der hüpft da runter. Der hüpft da runter. Der hüpft da runter. Bis im Bunker. Den könnte endlich mal im Bunker schlafen. Den wollte ich halt, dass wir so immer machen. Einfach über den Gehweg gespielt. Ausgedribbelt ist das Loch. Völlig ausgedribbelt das Loch. So, wir sind bei Lisas Bunker Schlag live dabei. Okay. Dann rollt nur den Berg runter. Also, hätte einen Ticken länger gekonnt, aber an sich nicht verkehrt. Apps are made in the kitchen. Leute, wir müssen über was sprechen. Also, ich werde jetzt Eier brutzeln. Und dann melde ich mich, weil das war einer der schönsten morgenden Vormittage meines Lebens. Ja. Unseres Lebens. Unseres Lebens. Also, bei Lisa hatte ich jetzt nicht so zu 100% das Gefühl, dass sie es so gefühlt hat wie ich. Also, jetzt gefallen, aber schön, dass du das so sagst, weil ich fand es einfach mega schön. Salobre Golf Resort. Resort? Resort? Irrer Ort. Geiler Golfplatz, aber auch einfach unfassbar nette Menschen zuvorkommend. Freundlich, höflich, lieb, empathisch, mitfühlend, wenn man beschissen geschlagen hat. Sich freund, wenn man gut geschlagen hat. Einfach gastfreundlich. Wir haben auch diese Gastfreundlichkeit, die fand ich besonders wirklich. Die war ganz, ganz toll. Wir haben nachher noch nach Restauranttipps gefragt und haben uns jetzt nicht irgendwie in ihr Hotelrestaurant eingeladen und gesagt, das ist das Beste, sondern irgendwie einheimische Tipps gegeben, was ich mega, mega schön fand. Mega nett. Oder? Ja. Richtig, richtig cool. Und voll die Zeit genommen irgendwie für uns und haben uns auch gesagt, im Juli, August, September ist, wenn man im Golfhotel sich einbucht, ist Golf umsonst. Ja, ihr wisst, wo wir jetzt im Sommer hinfahren, ne? Meine Spanienpläne, meine Festlandspanienpläne werden hier, glaube ich, gerade über den Haufen geworfen. Also, ich mag diesen Ort einfach. Ich finde es da richtig schön. Ja, es war auch mega, mega schön. Und der Platz, es gibt 27 Löcher. Es gibt einfach einen alten Platz. Jetzt werden nächstes Jahr vor allem noch die zweiten neun. Dann gibt es einfach, wenn nicht jetzt 36 Löcher gibt es denn. Wenn die noch wieder aufgemacht werden, wegen Corona wurden die geschlossen. Ich fand einfach, der Platz war unglaublich gut gepflegt. Selbst die Gärtner, die Greenkeeper, alle mega nett. Alle ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Die Architektur war unglaublich schön. Also, da war kein Haus, was irgendwie die Natur zerstört hat. Das war eher so, dass die Häuser in diese Natur, in diese Felsen eingebaut waren. Auch farblich, alles super abgestimmt. Es passte einfach extrem gut, oder? Ja. Richtig, richtig schön, ja. Also, ihr habt ja die Aufnahmen gesehen. Das Spiel hat auch mega Spaß gemacht. Es war einfach, es ist ein liebevoll angefertigter Platz. Ja. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Alles passt irgendwie zueinander. Nette Menschen. Schöner Ort. Geil. Also, einfach nur richtig, richtig geil. Also, hat aus meiner Sicht, also das zum Sonnenaufgaben, so ein Match. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht mehr? Ja. Und das Wetter war auch perfekt, ne? Es war nicht zu heiß. Es war richtig angenehm. Es war zu Anfang auch komplett windstill, was die Spielverhältnisse natürlich noch ein bisschen einfacher macht. Ja. Muss noch auf die pinke Hose wechseln natürlich, ne? Mit knackigem Gesäß. Weil die andere war zu warm. Lise hat auch noch auf... Hat sie schon erzählt. Was? Ja. Hat sie schon erzählt. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich brudel uns jetzt ein paar, ein paar, ein paar Eggies. Ah ja. Ich hab Hunger. Wahnsinn. Das war so schön, Mensch. Oh mein Gott. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger in den Golds. Das war mir jetzt doch auch immer mit dabei. Vielen Dank.